da müssen wir doch mit dem boot rum obwohl ich da dieses fragezeichen noch will mal gucken ob man da mit dem boot um rumfahren ob ich damit dem boot rumfahre ja ich weiß ja und außerdem habe ich immer noch buch ich möchte die tür aufmachen hallo eigentlich möchte ich mal darunter das sind so viele türen die noch geschlossen sind wo man noch nicht drin waren geschweige denn die das müssen aufgemacht haben das ist nichts gewesen die ist zu warum ist die zu da möchte ich gerne rein irgendwann habe ich doch mal die tool genommen hier irgendwas aufgemacht also kann ich von daraus halten ne ich hab sie gewonnen geht doch mal Wir probieren mal was. So, einmal drüber gelatscht. Ab ins Boot, komm. Da geht's wirklich nicht lang. Ab ins Boot. So, einsetzt. So, dann erstmal ein. So, dann bitte gehen wir und lassen. So, dann haben wir es auch. So, dann sollte ich es. Oh, 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 oh. Ich gebe euch, Idioten, eine letzte Chance, euch zu reißen. Ich will, dass die verdammten Würmer, die die Lieferung aufgefressen haben, gegrillt werden. Nehmt das Tankschiff, duscht die ganze Gegend mit Treibstoff. Wenn das sein muss, steckt das Zeug in Brand. Okay. Geht doch. 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 Ahhhh, wieder so'n Vieh! Ja! Tricksau! Ein echtes Schätzchen! So, und nun? Da rüber, da was? Ein Boot. Da ganz im Stipp nicht schicken. Hieronimo! Knacken durchs Brett durch. Wie, wat? Kommt der Scheiß jetzt? Die haben das Gitter runtergelassen. Durch das Sauradas. Durch das Sauradas. Das versuchen wir. Und wenn wir drauf gehen. Okay, ist mir egal. Ich steig jetzt aus. Geh da nochmal rüber. Ja, ja. Tach! Aaaaah! Vorbeigehüpft! Wo? Da! Wo? So, dahin! Da rüber! Das Ding haben wir gemacht. Das Ding haben wir gemacht. Ich weggelemmt. Das Ding haben wir mit. Ich hasse Bugs Darf ich jetzt mit Bo... Fahr jetzt, mach hin! Gebt Stoß! werde hätte ja funktionieren können also für zwei minuten luft das ist echt wenig was man daraus gesucht haben das heißt also wir gehen jetzt erstmal wo war das denn da oben drin was sind das eigentlich dafür für die und gewesen stimmt aber gar nicht geguckt was passiert hier ich weiß mir gar nicht irgendwelche schalte zum bewegen ach so hat für die tür wieso kriegst du jetzt nicht es t t t t t t t t a t t t t t Das war's. Steht es irgendwo? Gott, geht die mir von der Lautstärke auf einen Nerv. Ich brauche einen anderen Weg. Wee! Wee! Hat einer irgendwie irgendwie die Kombi dafür? Wäre cool. Wo war denn... Ich blick's nicht mehr. War das hier? Hier war das. War das hier? Ja, hier war das. Also Gasmaske für zwei Minuten ist schon echt wenig, Leute. Was wollen wir machen? Wir brauchen Gasmasken. Also die Filde. Geh doch mal einer gucken. Was das für Teile da sind. Ne, das sind 999 verschiedene Dingsbums. Dingsbums. Sonst spring ich ins Wasser. Ja, ja. Von euch kommt man gleich. Macht hoch, macht hoch. Hm. Sag mal. War das nicht so? Ja. Ey. Gasmaske. Kommisschen... Nach 60 Gerät. G morale. G liebe. Guck. Gebe. Guck. Guck. Drei, zwei, eins. Hopp! BANG! Fui! Erstmal lass ich die Beleuchtung erst mal an. Hattet mal auf mit dem Scheiß! Igitt! Hab ich den jetzt? Ja, hab ich schon frühzeitig. Okay. So, jetzt lassen wir das erst rauslaufen. Ja, ich weiß Bescheid. Machste? Gut. Medipack? Jawoll. Und jetzt mal blblblblbl. Komm schon. Geht doch. So. Map. Mit dem Boot durch das Haus. Da durch. Und alles geradeaus. Ei. Hoppla. Das wird was. Gibt es hier noch Höhe? Ne. So. Jetzt gehen wir das Zeug klauen. Das brauchen wir nämlich immer noch. Geht. Auf damit. Einsteigen. Geht. 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 Die Tür auf! Wo sind die hier? Denk ich bald bei den Fischen! Ach Quatsch, gib mir die Waffe her! Verdammt, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Also haben sie ein Mist gesehen, immerhin absolviert, Nasa hat irgendein Scheiß erzählt, alles klar. Wer ist am Klo? Okay, das kann ich definitiv gebrauchen! Neues Lied! Ist das hiebische Scheiß! Beim kacken Musik, Mann, oder was? Oh, beinahe rausgefallen! Mach mal die Tür wieder auf, los! Was haben wir schon? Hände mit! 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 Okay, come on. Alles klar, wir sind schon mal richtig. Wir können uns ausruhen? Okay. Wir spielen ein Lied. Spiel's nochmal, Sam. Okay. Okay. Ist genug. Ich würde sagen, wir machen im Dunkeln weiter gleich. Ich würde sagen, wir machen im Dunkeln.